Das Sprengstoffgesetz regelt den Umgang, den Verkehr und die Einfuhr von und mit explosionsgefährlichen Stoffen in Deutschland. Es ist die wichtigste Rechtsquelle des deutschen Sprengstoffrechts. Geschichte Vorgängernorm des geltenden Sprengstoffgesetzes war das Gesetz gegen den verbrecherischen und gemeingefährlichen Gebrauch von Sprengstoffen vom 9. Juni 1884. Es erging auf den Einfluss des englischen Gesetzes vom 10. April 1883 und erlaubte Herstellung, Vertrieb und Besitz von Sprengstoffen nur mit polizeilicher Genehmigung. Das Strafmaß bestand in Zuchthaus als Regelstrafe bei Verursachung des Todes Todesstrafe. Nach der Klärung verschiedener Fragen zur Gesetzgebungskompetenz durch das Pferfg erging am 25. August 1969 das Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe. Anders als das Gesetz aus der Kaiserzeit war dieses kein Polizei- und Strafgesetz, sondern erfasste als gewerberechtliches Erlaubnis- und Überwachungsgesetz den Umgang und Verkehr mit explosionsgefährlichen Stoffen. Im privaten Bereich galt das Spreng von 1884 fort. Ein bundeseinheitliches Sprengstoffgesetz aus einem Guss konnte erst ergehen, nachdem in das Grundgesetz eine Nummer 4er des Artikels 74 eingefügt wurde. Das Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe erging schließlich am 13. September 1976. In der Folge wurden zahlreiche Durchführungsverordnungen erlassen. Das Gesetz war zahlreichen Änderungen unterworfen, am 17. April 1986 wurde es neu bekannt gemacht. Zur Umsetzung der Richtlinie 93 15. EWG des Rates vom 5. 4. 1993 zur Harmonisierung der Bestimmungen über das Inverkehr bringen und die Kontrolle von Explosivstoffen für zivile Zwecke. Sprengstoffrichtlinie wurde es durch das Gesetz zur Änderung des Sprengstoffgesetzes und anderer Vorschriften vom 23. 6. 1998 erneut geändert. Die umfassendste Änderung in neuerer Zeit. Die umfassendste Änderung in neuerer Zeit. Die umfassendste Änderung in neuerer Zeit. Vielen Dank.